Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einem von zwei neuen Unboxings. Die machen natürlich erst dieses hier auf. Da muss ich jetzt erstmal noch schnell den Paketaufkleber entfernen. Das ist von Dicca, also Dicca aka Dicca, wie ich immer so schön sage. Und der hat mir was schöne geschickt. Ich will halt nur, nicht dass man es im Video sieht, seine Adresse hier entfernen. Ich bin schon mega heiß drauf. Ich wollte es gestern schon auspacken, Samstag. Aber ich war zu lange bei meiner Mutter, mit meiner Tochter. Und da bin ich dann echt nicht mehr dazu gekommen, weil ich bin nach Hause gekommen. Da war es 20 Uhr, 20 Uhr noch was, kurz vor halb. Und dann war ich ja bei Sascha im Hangout mit bei. War ja eingeladen und habe versprochen, ich bin mit bei. Und dann ist das hier so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Jetzt mache ich das auf Sonntag. Ich bin so heiß drauf. Ich hätte das auch mal vor dem Video machen können. So. Aber das war jetzt hier nur kurz Schluss, dass ich hier schnell mal ein Video mache, weil ich das eigentlich benutzen will. Jetzt mache ich mal nach unten. Jetzt dürfte man auch keinen Aufkleber mehr erkennen. Hier auch noch. Ich muss echt aufpassen, dass ich mir nicht in die Pfoten schneide. Und ihr seht, es ist kein... Wo haben wir das denn? Wieso geht das nicht auf? Kein Werbebanner hier. So. Weil... Ah, geil. Das neue T-Shirt von Tom. Ich habe es ja in Schwarz mit Weiß und Weiß mit Schwarz. Aber... Ja... Sie tragen etwas mehr auf. Und das ist jetzt hier eine schöne XXL und richtig schön so mit so ein bisschen gelblicher halten. So wie das Etikett ist. Ja, seht ihr das? Und schön groß. Tom Clark. Premium E-Liquid. Geile Sache. Richtig geil. Ah, richtig nice. Und ich habe jetzt endlich auch eine Probe von... Kann man es erkennen? Christmas? Ja, kann man erkennen. Christmas Spezial. Da hat Tom auch eine Mütze auf. Da... Da erstmal jans, 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 jans. Herzlichen Dank an Dicca für T-Shirt und Christmas. Ich habe jetzt hier eine... Oh, echt? Das sind 30ml? Das kleine lange Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Und... Ich habe diesmal mit 4 Milligramm... Kann man nicht erkennen. 30ml mit 4. Ich bin schon megamäßig heiß. Ich muss mal schnell ran riechen, wie es riecht. Oh, das riecht sehr lecker. Ich werde nämlich jetzt gleich mein Crone leer dampfen. Und dann einen neuen Coil rin machen. Und dann geht's an Christmas dampfen. Ich bin so heiß drauf. Wie gesagt, dann ganz herzliches Dank an Dicca. Den werdet ihr bestimmt heute Abend wieder im Chat erleben. Der ist ja auch Admin bei mir. Das werde ich heute Abend an wahrscheinlich so anziehen. Ich bin schon richtig heiß. Und ja... Sonst gibt es noch weiter zu sagen. Tom macht geile Liquids. Ich bin... Das ist mein Allday Liquid. Ich habe noch meins alles hier. Ich muss mir dem aber auch bald wieder neue kaufen. Und ja, dann würde ich... Da würde ich wahrscheinlich auch mal gucken, dass ich vielleicht nach Berlin segle zu Tom. Mal gucken, wie ich es schaffe. Wie gesagt, erstmal ein ganz fettes, fettes, fettes Danke an Dicca. Ein Doppel-Mittelfinger. Äh... Ich bin richtig gespannt, wie es ist. Du schwärmst ja auch so davon. Jeder schwärmt davon. Ich werde mich jetzt... Ich werde mir jetzt mein eigenes Urteil erlauben können. Ich auch. Aber erstmal muss ich noch leerdampfen. Den Crown. Ja, dann wartet jetzt auch soweit. Ich bin ein bisschen nervös. Sorry. Ein bisschen hibbelig. Äh... Aber... Ist halt live. Na, live nicht. Aber ich mache halt hier nur die Schnitt nicht oder so. Ich würde mich dann jetzt erstmal verabschieden. Ahoi. Sagt euer Odin. Doppel-Mittelfinger. Doppel-Mittelfinger. Doppel-Mittelfinger.